Herzlich Willkommen zu Deutschland Digital. Heute Ihre Gastgeberin Katharina Jesser. Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Deutschland Digital. Unseren Beitrag, um gemeinsam über die Digitalisierung Deutschlands zu berichten. Wir schauen uns die Notwendigkeit der Digitalisierung an, welche Herausforderungen man sich stellen muss, aber auch welche Chancen man dadurch erlangen kann. Denn wir glauben, dass man durch das erfolgreiche Digitalisieren für Deutschland einen Beitrag leistet in Bezug der Verbesserung der Chancengleichheit, des Wohlstandes und der Nachhaltigkeit. Heute freut es mich, dass wir uns mit den Großen von morgen beschäftigen dürfen, den deutschen Startups. Unternehmen, die tatsächlich in der Lage sind, von heute auf morgen Altbekanntes die Stirn zu bieten und unsere Verhalten als Consumer zu verändern. Wir sehen meistens nur die Außenwelt, diese disruptiven Geschäftsmodelle, die auf uns einbrechen, die kreativen Marketingansätze. Heute schauen wir einmal hinter die Kulissen und gehen in die IT. Ich habe zwei Gäste heute bei mir, die ich gleich mit begrüßen darf. Wir werden uns aber darauf fokussieren, Ihnen einen Einblick zu geben in das nachhaltigste Startup der letzten anderthalb Jahre, der Everdrop, wie die Everdrop mit den Wachstumsschmerzen oder auch den Wachstumschancen umgegangen ist, welche Relevanz die IT dazu spielte und welche Wichtigkeit da drin ist, sich neuen, flexiblen IT-Modellen zu stellen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt mit meinem ersten Gast und Co-Moderator, den Michael Rausen, den ich heute hier begrüßen darf, denn die Cisco hat vor einigen Jahren selber ein Startup akquiriert, die Playstyle. Und ich freue mich besonders, dass du heute den Weg zu mir hier ins Berliner Studio gefunden hast. Ja, hallo Katharina, ich freue mich auch hier zu sein heute. Du sagst es, wir waren als Playstyle selber mal ein Startup. Wir sind also diese Reise schon gegangen. Wir sind jetzt seit ein paar Jahren Teil von Cisco und deswegen bin ich heute sehr gespannt darauf, dabei zu sein. Dankeschön, schön, dass du mit dabei bist. Und dann haben wir den Fabian Bosler, den Chief Technology Officer der Everdrop. Fabian, schön, dich heute hier mit dabei haben zu dürfen. Katharina, vielen Dank. Ich freue mich auch auf ein sehr spannendes Gespräch hier. Und ich glaube auch aufgrund von den unterschiedlichen Perspektiven, die ich mitbringe, die ihr mitbringt, wird das ein sehr befruchtender Austausch. Ja, wir tun alles dafür. So, pass auf, du hast einen Hintergrund in der Beraterbranche. Du hast selber schon andere Startups mit begleiten dürfen. Du bietest Plattformen für Mathematik und künstliche Intelligenz für Kinder an und vieles mehr. Und wir fragen immer unsere Gäste, ob sie auch was Privates von sich mitbringen in unser Studio. Und wir sehen gerade dieses Bild neben dir. Bist du so lieb und würdest uns einfach mal einen Einblick geben? Wie ist denn dein privates Bild zustande gekommen? Klar, sehr gerne. Also das Bild, das man hier links neben mir sehen kann, ist geschossen worden, nachdem wir gerade vom Helis-Skin in Kanada zurückgekommen sind. Man sieht im Hintergrund auch noch den Heli, wie mein Kumpel mit gebücktem Rücken von dem Heli nach vorne läuft. Und für mich das ist einfach so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man da auf dem Berg ist, wenn man total fokussiert im Moment ist und da einen Tiefschneehang runterfährt. Das ist es, was ich mache, um Kopf frei zu bekommen, wenn ich nicht an irgendwelchen technologischen Themen arbeite. Sehr, sehr cool. Also Entspannung vielleicht für dich. Für mich sieht sehr, sehr mutig aus. Aber vielleicht bringt es uns auch genau in diese Richtung. Du hast einen anderen Hintergrund. Vielleicht würdest du einmal unseren Zuschauern erklären, einmal wer die Everdrop ist und warum es euch gibt. Und dann vielleicht auch mal, wie kam es dazu, dass du dich so einem Unternehmen anschließt und manch andere alte Zöpfer abgeschnitten hast. Ja klar, sehr gerne. Also Everdrop ist ein Start-up, was es jetzt seit circa anderthalb Jahren gibt, gegründet von Daniel, David und Chris. Everdrop fokussiert sich auf nachhaltige Haushaltsmittel. Das bedeutet beispielsweise Reinigungstabs, die wasserlöslich sind, die man dann in Flaschen einfach auflösen kann. Dadurch vermeidet man dann beispielsweise, dass man im Einzelhandel irgendwie die Plastikflaschen kauft und der Glasreiniger oder Badreiniger oder sonst irgendwas drin ist. Wir haben zwischenzeitlich, aber das war das erste Produkt, zwischenzeitlich natürlich die Produktpalette noch massiv erweitert. Und jetzt steht so alles unter dem Slogan Entplastifizierung des Haushalts. Und dann haben wir in diesem Setting eben noch beispielsweise Waschmittel auf den Markt gebracht, total frei von Mikroplastik, in Altpapier verpackt, also alles biologisch abbaubar. Die sogenannten Naked Spülmaschinentabs, das sind Spülmaschinentabs, die auch nicht individuell noch mal extra verpackt sind, wie man das auch relativ häufig sieht, die aber in der Reinigungswirkung herkömmlichen Produkten in nichts nachstehen. Also wir zu Hause nutzen die auch. Und bin jetzt nicht der größte Putzmeister, aber meine Freundin ist bislang noch ganz zufrieden. Von daher, ja. Zwischenzeitlich sind da noch ein paar andere Produkte dazugekommen, aber das sind so die Wesentlichen. Ja, sehr cool. Und wie kam es, also was hat es für dich ausgemacht, dass du sagst, okay, du gehst diese Reise mit und wirst der Chief Technology Officer? Ja, richtig, richtig. Also vom Hintergrund ursprünglich mal Mathe studiert, dann verschiedene Beratungsstationen gehabt, am Ende bei Boston Consulting Group, dort dann so Strategy- und Management-Beratung hauptsächlich gemacht. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich vermisse es einfach, die Ärmel hochzukrempeln und uns selber auch was zu machen. Und bin damals, das war Anfang 2018, dann zu Homelike gewechselt, als CIO dort, vom Themengebiet relativ ähnlich, also auch verantwortlich für die ganze interne IT-Infrastruktur, sehr viele Themen rund um Advanced Analytics, auch das ein oder andere Machine-Learning-Modell geschrieben und so. Und dort würde ich dann sagen, richtig Blut geleckt. Und da war für mich klar, okay, Startup ist das, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mich am wertstiftendsten einbringen. Und gerade so Phasen zwischen 40 und 200 Mitarbeiter, wenn man dann den ersten Product-Market-Fit gefunden hat und in eine Skalierungsphase übergeht. Also wenn das Wilde ausprobieren ein bisschen zu Ende kommt langsam und man sich dann doch ein bisschen fokussiert. Und es war dann so circa vor fünf Monaten, als ich über unterschiedliche Bekannte mit den Gründern von Everdrop ins Gespräch gekommen bin. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und ich fand die Idee einfach unglaublich spannend und finde es so gut zu wissen, dass man jeden Tag irgendwie zur Arbeit geht und weiß, mit allem, was man jetzt macht, tut man am Ende auch was Gutes für die Gesellschaft. Und dass so das Unternehmensziel mit Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Wohlstand, was insbesondere auf Natur bezogen ist, so in Einklang ist, fand ich eine Möglichkeit, wo ich gesagt habe, okay, da will ich dabei sein. Ja, sehr cool. Und ja, ich bin dabei. Ich glaube, viele von uns müssen weitaus mehr Hand anlegen, um doch Sachen zu verändern, die vielleicht einen Nachteil im Moment haben, wenn wir die nicht verändern würden für die Längerfristigkeit. Deshalb, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wie schaut es denn bei dir aus, Michael? Du kommst ja ebenfalls, ich glaube, das ist jetzt fast zehn Jahre her, als die Startup-Welt bei euch noch sehr, sehr aktiv war. Was kommen da bei dir so für Erlebnisse, Erinnerungen wieder mit hoch? Ja, genau das, was auch der Fabian sagt. Also ein bisschen durcheinander, ein bisschen alles schnell skalieren, schnell sein und vor allem Ärmel hochkrampeln und selber machen. Also das ist wirklich das, was die Startup-Zeit ausmacht. Ich bin jetzt, bin eingestiegen bei Placer, da waren wir schon auch 30 Mitarbeiter, da war es schon ein bisschen weiter. Aber da hat man natürlich vieles selber gemacht und konnte schnell agieren, konnte viel machen und ja, auch wirklich schnell wachsen. Und ja, vielleicht steige ich da auch mal ein. Schnell wachsen, das haben wir vor einiger Zeit schon gemacht, machen das immer noch. Wenn ich aber mal auf euer Wachstum schaue, Fabian, ihr seid jetzt nicht mal zwei Jahre alt. Ich kann, glaube ich, an manchen Tagen Instagram kaum öffnen, ohne irgendeinen Post von euch zu sehen oder einen Influencer, der eure Produkte anpreist. Zu Hause stehen sie auch bei mir rum. Und ich glaube, ihr seid nochmal extrem skaliert, extrem gewachsen in den letzten Monaten, hast du es eben schon gesagt. Was heißt denn das für dich als CTO? Wie werdet ihr dem her? Wie beschafft ihr jetzt nicht nur Tools im vielleicht Marketing, um Influencer-Marketing zu machen, sondern klassische IT-Lösungen? Wie geht ihr daran, um so ein Wachstum wirklich bewerkstelligen zu können? Ja, das sind tatsächlich Herausforderungen, die mit dem Wachstum auch einherkommen. Und wie du es gesagt hast, die Geschwindigkeit, mit der Everdrop wächst, woran man auch merkt, okay, da ist wirklich ein Bedarf dafür da. Ja, die Geschwindigkeit ist einfach immens. Und das bringt natürlich dann auch so gewisse Herausforderungen mit sich. Und gerade, du hast die klassische IT angesprochen, was wir da beispielsweise jetzt gemacht haben, ist natürlich das Team ein bisschen verstärkt, aber auch dann sehr stark hinsichtlich Prozessen zu denken, standardisieren, Komplexität rauszunehmen, wo es geht. So haben wir jetzt dann kürzlich beispielsweise Jamf eingeführt, womit wir dafür sorgen können, dass alle Rechner gleich konfiguriert sind. Und dass wir standardisieren, das klingt ein bisschen banal, weil die meisten Leute kennen das aus irgendwelchen größeren Unternehmen, aber dass wir dafür sorgen können, dass sämtliche Mitarbeiter dann die gleiche Software haben und Zugriff auf Updates haben. Das ist ja, wenn man irgendwie 10, 15 Mann ist, ist das ja meistens nicht so. Da wäre es lustig oder wäre es schon ein Zufall, wenn alle überhaupt den gleichen Rechner hätten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben alle irgendwie noch unterschiedliche Rechner, manche die von zu Hause, andere vom Unternehmen und so. Das ist das, was wir in der klassischen IT beispielsweise ganz akut momentan machen. Dann natürlich auch so Themen, wenn du plötzlich 100 Mitarbeiter hast und die haben alle noch irgendwie ihre privaten Handys und Smartwatches und God knows what, die sich alle ins Wifi einwählen, dann muss man da natürlich auch schauen, dass man genügend IP-Blocks hat und solche Themen. Also da sind wir jetzt auch gerade dran, die Ausstattung in unserem neuen Office entsprechend anzupassen und auf dieses Wachstum vorzubereiten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das Wachstum eben IT-seitig auch abgebildet ist. Gleiches gilt natürlich auch für Telefonie. Also da müssen die Sachen auch stehen. Wir haben bislang relativ viel extern gemacht, aber wir werden jetzt peu a peu auch mehr dazu übergehen, das intern zu machen und dann eben auch schauen, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult sind und wissen, wie die Systeme funktionieren, wissen, was sie auch nutzen sollen und wie sie es nutzen sollen. Auf jeden Fall. Und ja, so wie du sagst, Standardisierung ist da wichtig, damit man diesen Weg gehen kann. Ihr seid jetzt schon, haben wir schon gesagt, einen extremen Sprint quasi, habt ihr vorgelegt. Jetzt entnimmt man der Presse. Es gab eine Finanzierungsrunde. Es geht jetzt auch nochmal in noch höherer Geschwindigkeit weiter. Es soll noch weiter skaliert werden und vor allem soll internationalisiert werden. Finde ich ein hochspannendes Thema. Wir als Placer stehen auch gerade vor diesem Schritt. Internationalisieren gerade sind in den ersten Ländern drin. Da würde mich auch mal interessieren, was heißt das jetzt für dich konkret auch als CTO wieder? Was sind deine Herausforderungen, die du da jetzt vor der Brust hast? Ja, also Internationalisierung ist, wenn man von einem reinen D2C-Business kommt, was wir bis vor ein paar Monaten auch waren. Also mittlerweile gibt es uns natürlich auch im Einzelhandel. Aber wenn man aus einer reinen Online-Perspektive kommt und am Anfang eigentlich hauptsächlich den deutschen Markt bedient hat, wo man einen Shop hat, wo man ein Produktsortiment hat, wo man irgendwie auch eine Zielgruppe hat, dann ist Internationalisierung natürlich extrem herausfordernd. Weil plötzlich hat man drei oder fünf unterschiedliche Shops, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sprachen. Die Produkte brauchen unterschiedliche Bedruckungen, weil man unterschiedliche Anforderungen in unterschiedlichen Ländern hat hinsichtlich dessen, was man beispielsweise als Inhaltsstoffe aufführen muss. Dann muss man da schon schauen, dass das entsprechend abgebildet ist. Aber auf der anderen Seite bedeutet es dann natürlich auch, dass die Produkte wieder unterschiedliche Artikelnummern haben. Das muss entsprechend im Shop abgebildet sein. Wenn wir jetzt von Internationalisierung sprechen, was beispielsweise Schweiz betrifft, dann hat man zwar zu Stücken die gleiche Sprache, aber dann eine andere Währung. Damit muss man dann natürlich auch klarkommen. Von daher würde ich sagen, die größte Herausforderung bei der Internationalisierung ist definitiv, die Shop-Landschaft so aufzustellen, dass sie dem gerecht wird und das Ganze auch möglichst manageable zu halten. Also, dass man nicht sagt, okay, jetzt machen wir halt für jedes Land irgendwie einen individuellen Shop und müssen da schauen, dass wir den Code und Content jeweils pflegen, sondern da muss man dann auch und muss ich auch so darüber nachdenken, dass das für die Organisation funktioniert, dass das möglichst einfach pflegbar ist, dass wir Redundanzen vermeiden, wo es möglich ist, dass wir auch dafür sorgen, dass wiederkehrende Komponenten auch so verwendet werden können, beispielsweise, um dann eben auch eine Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Also, je mehr man automatisiert hat, je mehr man da systemseitig sinnvoll abgebildet hat, umso weniger kann natürlich manuell schiefgehen. Schiefgehen, du sagst schon einen guten Punkt, es geht schnell, es wird komplexer, vielleicht geht auch mal was schief oder ist schon mal schiefgegangen in der Vergangenheit. Gibt es einen Fail, den ihr mal durchlebt habt, den du vielleicht berichten kannst, den ihr nicht unbedingt nochmal machen möchtet? Also, da gibt es bestimmt sehr viele. Ich will es mal ein bisschen abstrakter machen und dann auch an einem Beispiel machen. Aber ich glaube, bei Startups ist, und das liegt einfach inhärent in der Natur der Dinge, dass Startups nicht notwendigerweise wissen, wie es morgen aussehen wird, wie es in einem Monat, wie es in einem halben Jahr aussehen wird, was genau dann dort passieren wird, welche Produkte verkauft werden, vielleicht auch wie die Lieferantenstruktur aussieht. All die Dinge, die sich bei etablierten Unternehmen über Jahre hinweg irgendwie einbürgern und dann auch festigen, das gibt es ja beim Startup nicht. Und das ist in gewisser Weise Fluch und Segen zugleich. Das ist Fluch dahingehend, dass man unter enormer Unsicherheit und unter Unwissen hinsichtlich dem, was in der Zukunft passieren muss oder wird, trotzdem Entscheidungen treffen muss und Tools potenziell installieren muss, die dann gegebenenfalls den Anforderungen in einem halben Jahr oder sowas nicht mehr gerecht werden. Und das haben wir eigentlich hoch und runter gemacht. Also da Tools installiert, die für den Moment sinnvoll waren und geeignet, aber dann hat sich halt relativ schnell herausgestellt, so viel Sinn ergibt es jetzt eigentlich nicht. Und das ist jetzt auch schon das zweite oder dritte Tool in dieser Richtung. Da müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen konsolidieren und auch dafür sorgen, dass alle Leute das Gleiche nutzen und dadurch auch eine Qualitätssicherheit reinbringen können. Am konkreten Beispiel jetzt, das sind Dinge wie, also wir nutzen Shopify als unsere Shopware. Und kurz nachdem ich angefangen habe bei Avertrop, habe ich mir mal angeschaut, das hat so ein App-Ökosystem, habe ich mir mal angeschaut, was denn da alles installiert ist. Und die Liste war einfach immens lang an Third-Party-Apps, die wir installiert hatten. Und da dann natürlich auch mit dem feinen Kamm durchgegangen und gesagt, okay, lass uns hier mal aussieben, was wir aussieben können. Das ist auch ein Learning, was ich von BCG mitgenommen habe, wo viele Projekte unter dem Motto stehen, Cutting Complexity, also Komplexität rausnehmen, die Dinge simplifizieren und dadurch auch wieder manageable machen. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Komplexität rausnehmen und einfach Sachen abbestellen oder auch schnell diese Erkenntnis ziehen daraus. Und das ist ein Riesenvorteil von SS-Service-Diensten, dass man das einfach machen kann. Und dann ist es vielleicht fail fast, aber es ist dann nicht schlimm, sondern man zieht ein Learning raus. Vielleicht mal einen Punkt zum Thema Learning. Gibt es denn irgendwas, was dir ganz positiv im Kopf geblieben ist, was ihr in den letzten Monaten, sage ich mal, bei Everdrop sehr, sehr gut gemacht habt? Ja, also es ist ein ziemliches Fachthema, aber was ich schon sehr positiv finde und wo ich auch extrem positiv überrascht war, war die Qualität von unserem Datenhaushalt und dann, was man damit dann auf Business Intelligence Seite beispielsweise machen kann. Also, dass man dann wirklich schauen kann, okay, wie sieht denn eine sinnvolle Marketingattribution aus? Also wirklich verstehen, okay, über welche Punkte ist denn der Endnutzer am Ende mit uns in Berührung gekommen und was ergibt hier Sinn und was ergibt nicht so viel Sinn? Und da auch sehr positiv, dass das Team, das schon vorhandene Team im Data-Bereich, das ist definitiv was, wo ich sage, okay, da war ich immens positiv überrascht. Ich würde gerne hier mal einsteigen, weil auf der einen Art, ihr beide seid schon weitaus mehr born in the cloud, ihr beschäftigt euch mit Daten, mit Standardisierung von unterschiedlichen Prozessen, Apps, du hattest jetzt Shopify genannt. Und viele, viele in Deutschland starten nicht von einer grünen Wiese und haben, ja, ich sage mal so, Langzeit-Investments getätigt, haben veraltete oder sogar vielleicht schon sogar modernisierte IT-Grundlagen da, um sicherzustellen, dass man kontrolliert, dass keiner an die Daten rankommt. Jetzt seid ihr agil, ihr seid schnell. Wo sind denn so Sachen, wo du sagst, Mensch, da müsst ihr wirklich ein Augenmerk drauflegen, um euch nicht zu überholen in der Art und Weise? Oder vielleicht ist das jetzt einfach nur eine Wahrnehmung, die ich selber habe, die vielleicht überhaupt kein Risiko ist. Aber siehst du bei euch die Gefahr, dass durch diese Schnelligkeit vielleicht auch manchmal der Schritt zu schnell gewesen sein kann, um die Daten abzusichern, um die Zugänge ordentlich zusammenzubringen? Wie gehst du mit den Themen um, die etablierte Unternehmen eigentlich so als A und O der IT seit Jahrzehnten haben? Ja, also ich glaube, es ist ein immens relevantes Thema. Und gerade vor dem Hintergrund von DSGVO und dem kalifornischen Privacy Protection Law ist es natürlich fundamental wichtig, dass das Unternehmen da ihre Hausaufgaben machen. Und auch Start-ups können sich da nicht ausnehmen. Und für mich ist Datenschutz von extremer Wichtigkeit. Und es fängt an in beispielsweise datenverarbeitenden Prozessen, dass man Pseudonymisierungsfunktionen einbaut, um dann wirklich sicherzustellen, dass selbst dann die Daten ursprünglich aus irgendeinem System mit Klarnamen beispielsweise rauskommen, weil logischerweise eine Bestellung wird am Ende des Tages mit Klarnamen getätigt, dass die in der Weiterverarbeitung dann pseudonymisiert werden. Und dass dann da einfach nur noch ein Auszug von irgendwelchen Angereihe oder eine Reihe von Buchstaben und Zahlen steht, die ansonsten aber bedeutungslos wäre. Das zum einen. Dann aber auf der anderen Seite auch Themen wie, wir verlassen uns da beim Shop-System, ein Stück weit natürlich auf Shopify, was ein etablierter Player ist, die logischerweise mit dem Thema auch entsprechend konfrontiert sind und das deshalb mit enormer Sorgfalt bearbeiten. Intern haben wir ein sauberes Rechte-Konzept, also um eben dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter entsprechend kategorisiert sind und Teams zugeordnet und sich daraus dann Visibilität auf die Daten betrifft, gerade halt so viel, wie man braucht und nicht mehr. Und dann haben wir auch noch weiterhin externen Partner, die die Datenschutz-Audits beispielsweise machen, die überprüfen, okay, ist bei uns in der Infrastruktur alles entsprechend rechtlich konform, gibt es irgendwelche Schwachstellen. Dann auch beispielsweise Prozesse wie, das hatten wir zuletzt mal gemacht, so einen Phishing-Test, wo die Mitarbeiter Phishing-Mails bekommen und da potenziell dann, wenn sie jetzt nicht irgendwie entsprechend geschult sind, darauf reinfallen und dann halt so eine Mail, die scheinbar von einem Anwalt kommt und wo man verklagt ist und wird oder angedroht wird, dass man verklagt wird, wo die eigene IP aufgeführt wird, kann schon mal passieren, dass man das aufmacht. Also ich verstehe schon, dass da manche Leute dann ein bisschen unruhig werden. Aber auch da muss ich sagen, war ich sehr, sehr happy mit den Ergebnissen. Also extrem niedrige Opening-Rates. Hat sicher auch damit zu tun, dass wir einfach eine sehr junge Firma sind an der Stelle. Was man daraus so ein bisschen sieht, am Ende für alle sind die Spielregeln die gleichen. Egal, ob du ein Start-up bist oder ob du ein etabliertes Unternehmen bist, du musst dich einfach mit den Basis-Themen der IT beschäftigen, von den Zugängen bis hin zur Security-Lösung oder auch wie man miteinander kommuniziert. Ihr habt die grüne Wiese. Ihr beide habt einmal das durcherlebt oder sogar mehrfach durcherlebt, was es bedeutet, mit der grünen Wiese zu starten. Viele von uns kommen aus einer anderen Welt. Wo siehst du dann die Grenzen der traditionellen Herangehensweisen, wenn man tatsächlich das Unternehmen mehr Richtung Digitalisierung fördern möchte, vielleicht sogar mehr Richtung Cloud-Lösung gehen möchte? Wie ist da dein Blick drauf? Das ist natürlich ein Thema, womit ich mich schon ein Stück weit identifizieren kann aus meinem, ich sage mal, vorherigen Leben, dem Beratungsleben, wo man oftmals dann von außen in Unternehmen reingeschaut hat, die es schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten gibt, wo die Mitarbeiter teilweise den Job auch schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten machen und dann natürlich sich eine gewisse, ich will nicht sagen Bequemlichkeit einbürgert, aber zumindest das existierende Liebgewinnen und eine Change-Resistenz. Also, dass die Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich will jetzt hier was anderes, ich will was Neues machen. und das, glaube ich, ist für etablierte Unternehmen schon extrem oder ein sehr, sehr großes Thema. Also das ganze Change-Management, dafür auch zu sorgen, dass die involvierten Mitarbeiter Lust darauf haben und mitmachen wollen, das ist der eine Aspekt. Dann der andere ist aber sicher auch ein Aspekt hinsichtlich Fähigkeiten. Die Mitarbeiter, die jetzt potenziell schon 20 Jahre oder sowas mit einem alten System gearbeitet haben, können die jetzt plötzlich mit einem Cloud-basierten System, was ganz anders funktioniert, arbeiten oder potenziell sehr, sehr vielen neuen Systemen. Das erfordert dann natürlich auch Trainings. Ich glaube, grundsätzlich, um dieser Herausforderung Herr zu werden, ergibt es Sinn, wenn man das zumindest anfänglich neben der Linie macht und dann über Zeit in die Linie einführt und die Mitarbeiter dann auch entsprechend schult. Und welche Relevanz aus deiner Sicht haben genau diese As-a-Service-Modelle, wenn du neben der Linie starten möchtest? Wir erleben es ja oft, ob es im Privaten ist oder auch in kleineren Unternehmen, dass man sich sehr wohl fühlt mit dem Testen von Software-as-a-Service, weil es einfach sehr schnell geht. Man kann starten und loslegen und wieder stoppen. Wir sehen aber, dass sich dieser Bereich immer mehr erweitert in Richtung Anything-as-a-Service, von Software über Hardware über whatever you name it. Wie siehst du da die Relevanz von diesen neuen Konzepten, um etablierten Unternehmen diesen Weg vielleicht einfacher zu machen? Ja, also ich glaube, diese Services sind absolut zukunftsweisend. In Deutschland sind die jetzt noch nicht so ganz angekommen, wenn es um physische Produkte geht, also zumindest jetzt lang nicht so wie in anderen Ländern. Aber vielleicht als erstes mal ein paar Sätze zu Everdrop. Wir bieten an der Stelle ja auch unsere Produkte as a Service an, sozusagen in einem klassischen Abo-Modell. Und das wird unglaublich gut von den Kunden angenommen, weil wenn man jetzt an so Commodity-Produkte denkt, wie irgendwie Spülmaschinen-Tabs oder Waschmittel, das ist nichts, womit man sich Tag ein Tag aus auseinandersetzen will. Das will man einfach zu Hause haben, wenn man es braucht. Und das Abo-Modell ist deshalb eine extrem gute Lösung. Wir haben einen Rechner, wo die Kunden sagen können, wie oft waschen sie ungefähr oder wie oft spülen sie ungefähr. Und dann wird ein Bestellintervall vorgeschlagen. Darauf basierend kommen dann eben die ersten Lieferungen. Und dann können die Kunden aber auch jederzeit die Lieferung anpassen. Die können das Abo kündigen, die können Produkte hinzubestellen oder abbestellen. Und das wird unglaublich gut von den Kunden angenommen. Und ich glaube auch, das wird sich bei anderen Produkten weiter verbreiten. Wir haben jetzt so dieses, Gorillas beispielsweise, das ist auch so eine Ausprägung von Convenience. Also irgendwie so, man hat die Dinge einfach, die werden einem nach Hause geschickt. Und ich glaube, so wird das auch bei Lebensmitteln potenziell sein. Gibt es ja auch schon Start-ups in dem Bereich oder auch anderen Hygieneprodukten. Und jetzt wieder zur IT zurückzukommen und dort den Modellen. Auch da ist einfach der Vorteil immens, irgendwas sehr schnell, sehr kostengünstig insbesondere und auch ohne große Lock-in-Effekte ausprobieren zu können. Das ist für mich der Hauptvorteil. Und siehst du, dass die Welt sich komplett in Richtung As-a-Service und ich sage mal, alles jemand anderes machen lassen geht bei den Unternehmen? Oder wie siehst du da die Balance oder vielleicht deine Zukunftsweisung in die Richtung? Ja, es ist extrem spannend. Ich glaube, wenn wir so, alles geht auf jeden Fall in so eine Richtung On-Demand und ein Stück weit dadurch As-a-Service, weil wir haben Netflix On-Demand. Also wir können unsere Serien anschauen, wann wir es wollen. Wir können irgendwie Essen bestellen innerhalb von wenigen Minuten. Wir können Bücher bestellen oder andere Artikel, die auch innerhalb von kürzester Zeit da sind. Deshalb glaube ich, da dieser Trend wird sicher ungebrochen weitergehen, dass alles schneller ist und die Menschen geben sich dann auch nicht mehr damit zufrieden, dass sie jetzt irgendwie erstmal einen Fax bekommen, um ein Konto zu eröffnen oder sowas. Das passiert jetzt einfach über Video-Ident und da gibt es ja auch Sinn und da wird es weitergehen. Da wird auch irgendwie der Staat sich digitalisieren müssen und auch da Lösungen anbieten. Wird jetzt alles unbedingt As-a-Service sein? Ich glaube, allein schon deshalb oder wenn man As-a-Service im Sinne von Abo oder Subscription meint, dann glaube ich, sie wird ein paar Sachen geben, die aufgrund von dem Preispunkt einfach rausfallen, wie irgendwie dein Tisch im Arbeitszimmer oder sowas. Wir sind nicht irgendwie alle drei Wochen einen neuen Tisch haben. Und von daher, glaube ich, solche Produkte werden sicher weiterhin anders in einem Nicht-Abo-Modell gekauft werden. Aber die Dinge, die regelmäßig konsumiert werden, gehe ich schon stark davon aus, dass es da so As-a-Service-Lösungen gibt. Ich habe kürzlich beispielsweise so Pre-Cooked Meals mal angetestet. Es ist auch mega angenehm. Man hat da seine Lieferungen und haut die in die Pfanne und fertig. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass ich da ein Abo abschließe. Wir hören mal ein paar Monate rein, wie sich das bei dir weiterentwickelt. Wenn wir einmal noch mal kurz dabei bleiben, die etablierten Unternehmen. Und wo siehst du, was sind Themen, wo du jetzt sagst, aus deiner Erfahrung, das würdest du den Kollegen, Kolleginnen in etablierten Unternehmen an die Hand geben oder als Rat mitgeben zu sagen, wenn ihr auf dem Weg der Digitalisierung seid, achtet vielleicht auf die zwei, drei Punkte, um den Weg zu starten. Ja, also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist wirklich klar im Vorfeld auch die Erwartungen zu klären, also zu sagen, was erhoffen wir uns eigentlich von diesem Projekt, warum machen wir das eigentlich. Weil Digitalisieren um der Digitalisierung willen ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der richtige Schritt oder der richtige Ansatz, insbesondere wenn irgendwie Ressourcen knapp sind, gerade in IT-Bereichen. Aber wenn diese Frage geklärt ist, dann würde ich sagen, schnellstmöglich einfach mal ausprobieren. Und dann, was auch wichtig ist, die Domain-Experten, also die Mitarbeiter, die mit den aktuellen Systemen schon seit Jahrzehnten arbeiten und da irgendwie jeden denkbaren Edge-Case und Bug schon gesehen haben, die auch nehmen, wo es geht. Also das ist natürlich auch wichtig. Danke dir. Bevor ich euch beide rauslasse, würde ich gerne nochmal drei kurze Fragen stellen. Und ich fange mit der ersten an. IT ist fürs Unternehmen. Da gibt es zwei Antworten. Ich glaube, die bessere ist Differentiator oder Enabler. Und das Unternehmen muss für sich selber entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen oder was die IT tatsächlich für das Unternehmen ist. Ist es sozusagen eine Service-Function oder ist es wirklich was, was das Unternehmen dann am Ende von anderen Unternehmen noch unterscheidet. Die Relevanz von Daten für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen ist? Kann gar nicht genug betont werden, weil mit sinnvoller Datenauswertung können Unternehmen massive Kosteneffizienz erreichen. Die Kunden können besser verstanden werden. Die Produkte können besser gemacht werden. Also jedes Unternehmen, das nicht darüber nachdenkt, Data-Teams aufzusetzen und das auch richtig zu machen, also mit den entsprechenden Rollen, das ist ja auch noch ein relativ neues Feld, verspielt da irgendwie einen Teil der möglichen Zukunft. Okay. Und letzte Frage. Flexible IT-Modelle sind? The way forward. Das ist das, was sich die Kunden wünschen und wofür sie am Ende auch bezahlen werden und was sie nutzen werden. Danke dir, Fabian. Und auch nochmal danke, Michael, dass ihr heute zusammen mit uns die Zeit verbracht habt. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, wenn wir uns dem Thema hybrides Arbeiten widmen. Denn auch wenn es jetzt nach der Pandemie wieder dazu kommen wird, dass man mehr und mehr ins Büro zurückkehrt oder auch von unterwegs arbeiten wird, bleibt das Homeoffice. Und diesbezüglich müssen wir uns alle damit beschäftigen, was diese Veränderungen für uns bedeuten, wenn wir in diese hybride Arbeitswelt einsteigen. Wir werden zwei spannende Gäste hier haben und Detlef Kühne wird sie durch das Programm führen und verschiedenste Perspektiven betrachten, was es denn bedeutet, zum einen, wenn wir hybrides Arbeiten fördern, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, für unsere Welt, aber auf der anderen Art und Weise auch, was bedeutet es für uns als Menschen, für die Teamführung, wie sich Organisationen verändern und was es aber auch für uns mit der Gesundheit auf sich hat, neue Welten zu erobern. Von daher, wir freuen uns auf Sie. Seien Sie mit dabei am 14. September hier wieder auf unserem Livestream.